Mord an Annie Chapman Der Mörder hat die Spuren verwischt. Das Opfer wurde am Fundort ermordet. Der Mörder hat das Opfer getragen. Das glaube ich nicht. Er hat die Spuren verwischt. Auf dem Boden waren weder Fußabdrücke noch Blutspuren. Er hat die Spuren verwischt. Hat er auch irgendwas gesagt, dass dieser Briefumschlag nach Alkohol riecht? Oder wie war das? Ich probiere das mal. So, am Zaun waren etwa Kniehoch über dem Boden Blutspuren. Genau, das war da so in dem Bild. Das Opfer lag auf dem Boden und war noch am Leben, als ihm die Kehle durchgeschnitten wurde. Gut, das hatten wir ja schon bei dem ersten Mord geklärt, dass dann das Blut eigentlich nicht so rum spritzen dürfte, wenn das Opfer schon tot war. Nehmen wir das mal im Stehen hier. Okay, dann haben wir hier die erste Schlussfolgerung. Chapmans Mörder hat den Boden sauber gemacht. Chapman wurde am Fundort ermordet. Chapman wurde nicht am Fundort ermordet. Also wenn sie, schwierig, schwierig, wenn sie nicht hier ermordet wurde, dann könnte es eigentlich nicht sein, was macht hier das Blut und was macht da das Blut. Also sie wurde, glaube ich, schon hier ermordet. Hat den Boden sauber gemacht, oder? Am Fundort ermordet? Also ich denke, er hat das sauber gemacht. Aber wenn er die Spuren verwischt hat, warum hat er dann nicht gleich das Blut auch weggemacht? Das Opfer wurde am Fundort ermordet. Ne, auch nicht. Der Mörder hat das Opfer getragen. Die Spuren verwischt. Es wurden keine Fußabdrücke gefunden, aber trotzdem war Blut an den... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Etwas Blut ist an die Wand nahe der Treppe gespritzt. An die Wand nahe der Treppe gespritzt. Hat er sie vielleicht doch da hingezogen? Kann das sein? Wo war denn das hier getragen? Und was hatten wir hier? Nicht am Fundort ermordet. Auch nicht. Mann, warum... Ach. Auf dem Boden war... Ach, ich komme jetzt gerade hier nicht weiter. Okay, gucken wir mal hier unten. Auf Höhe des... Oh, jetzt geht das wieder los. Rechts und links. Auf Höhe des rechten Oberkiefers sowie auf der linken Wange waren Blutergüsse zu erkennen. Ach, ja. Der Mörder hat mit der rechten Hand das Kinn des Opfers gehalten. Der Mörder hat das Opfer gebissen? Äh. Der Mörder hat mit der linken Hand... Manu... Moment, wie war das noch? Äh, Watson hatte doch gesagt... Moment. Wo war denn Dialoge? Hier. Er hatte doch was gesagt, dass es auf der einen Seite nicht so stark war wie auf der anderen... Ah, hier. Unterhalb des Oberkiefers und auf der Wange. Auf der rechten Seite weniger... Oha. Ja, von uns aus rechts oder von ihr aus rechts? Also nehmen wir auch hier mal an von uns aus. Rechts. Da waren weniger Spuren. Womit macht man denn am meisten Druck? Nehmen wir mal an, wir halten jemanden das Gesicht zu. Wir sind Rechtshänder. Halten jemanden die Hand ins Gesicht und drücken zu. Dann ist doch die meiste Kraft mit Sicherheit im Daumen, oder? Und der Daumen wäre dann ja auf der linken Wange. Sehe ich das jetzt richtig oder bin ich jetzt wieder völlig falsch? Unterhalb des Oberkiefers und auf der Wange. Auf der rechten Seite weniger. Auf der rechten Seite weniger. Ah, ich schließe das jetzt wieder darauf hin, dass... Oh Gott, scheiße. Hm. Auf Höhe des rechten Oberkiefers. So wie auf der linken Wange waren Blutergüsse zu erkennen. Ja, aber links mehr als rechts. Rechts. Links mehr als rechts. Dann nehme ich mal an, er hat das mit der rechten Hand... Ich nehme jetzt mal die rechte Hand. Okay, was haben wir jetzt hier? Der Mörder hat dem Opfer mit der rechten Hand die Kehle durchgeschnitten. Kann er ja nicht... Äh, ich glaube, das ist ein ganz anderer Mörder hier. Der Mörder hat mit der rechten Hand das Kinn des Opfers gehalten. Dann müsste er mit der linken. Links. So mache ich das jetzt. Chapmans Mörder muss Linkshänder sein. Chapmans Mörder muss Rechtshänder sein. Chapmans Mörder ist Beidhänder. Links. Hm. Ach, Beidhänder. Ach, leck mich. Hm. Hm, die Zunge war geschwollen. Versuchen wir das. Das Opfer wurde gewirkt. Das Opfer hatte Durst. Ja, das bestimmt auch. Das Opfer hat während des Angriffs geschrien. Das Opfer wurde gewirkt. Oh, hier ist ja alles falsch. Chapman wurde gewirkt. Der Mörder hat Art Chapman bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt und ihr dann die Kehle durchgeschnitten. Chapman ist vor Angst gestorben. Hm. Hm, 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 hm. Hatten das doch schon... Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Chapman wurde gewirkt. Nein. Das wird jetzt hier sinnloses... Sinnloses, sinnlos. Das wird sinnlos jetzt gerade hier. Na gut. Nah dem Kopf des Opfers lag ein Briefumschlag. Das Opfer hat einen Briefumschlag hervorgeholt. Ja. Klar. Warum? Hm. Ein Briefumschlag ist neben den Kopf der Leiche gefallen. Das Opfer wollte dem Mörder einen Briefumschlag geben. Vielleicht hat der Mörder auch einfach den Briefumschlag verloren. Während des Mordes fiel ein Briefumschlag auf den Boden. Ja, offensichtlich. Chapman hatte einen Briefumschlag in der Hand. Der Briefumschlag gehört dem Mörder von Chapman. Hm. Okay, also hier ist... Äh, äh, alles falsch. Hier ist alles falsch. Verdammt. Auf dem Boden waren weder Fußabdrücke noch Blutsporen. Hm. Ja, auf dem Fußboden nicht, aber doch hier an der Wand. Und was heißt das jetzt? Verstehe ich nicht. Der Mörder hat die Spuren verwischt. Was sagt denn... Moment. Was sagt denn, äh, Holmes wegen diesem Briefumschlag? Zwei Einschnitte zur Erkennung ist geschwollen, Blutergüsse unterhalb. Ähm, Organe entnommen. Äh, Organe entnommen. Ja, Fachmann. Wo ist denn das mit dem Umschlag? Leichenstarre, Blablabla. Hm. Ich finde das mit dem Umschlag gerade nicht. Hm, was haben wir denn hier bei den Notizen? Okay, das sind nur die alten Sachen. Gegenstände. Die Pille. Okay, ja gut, da können wir jetzt nichts mitmachen. Dokumente. Ja, Teil des Umschlags. Wo sagt er denn das mit dem Alkohol? Sieht das jetzt gerade einer? Okay, da bin ich am Ende. Hm, 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 hm. Ja, gut, hier geht's nur zurück. Wir sind aber jetzt hier. Und ich finde das mit dem Alkohol nicht. Warum nicht? Gegenstände, Dialoge, Dokumente, Notizen. Ja, Karte ist klar. Mal fortsetzen. Hä? Hm. Habe ich noch irgendwas hier übersehen? Da ist doch noch was. Dieser Zaun trennt den Hof vom benachbarten Grundstück. Hanbury Street 27. Ja, super. Und was heißt das jetzt? Hm. Oh, da ist auch noch was. Ein Klo. Was für ein Gestank. Da drinnen versteckt sich niemand. Kann man nicht wissen. Also wenn da Leute aufs Klo gehen. Oh, was haben wir hier? Was haben wir denn da? Diese Schürze ist mit Wasser vollgesogen und hat einen deutlichen Abdruck auf dem Boden hinterlassen. Sie muss schon einige Stunden dem Wasser ausgesetzt sein und dementsprechend lange hier liegen. Eine Schürze. Wie war das? Diese Schürze ist mit Wasser vollgesogen und hat einen deutlichen Abdruck auf dem Boden hinterlassen. Einige Stunden. Und sie ist aber erst seit zwei Stunden tot, oder was? Hier ist auch noch was. Was ist das hier? Kohlenkeller? Kann ich da nicht hin? Hallo, ich möchte da gerne hin. Diese Tür muss in den Keller führen. Die Klinke wurde vor kurzem repariert. Hm, das sieht ein bisschen nach Kohlenkeller aus. Ja, Wurzen, guckst du mich an. Hm. Hier ist sonst noch was? Ah. Hm, ich wüsste nicht, was ich fragen soll. Doch, was halten Sie davon? Alter, der glasige Augen. Oh. Ah. Ist hier bei der Schubkarre noch was? Nein, noch ist auch gar keine Karre. Ist ein Trog? Okay. Hm. Sonst haben wir hier aber alles. Hier drinnen waren aber doch keine Spuren. Oder? Also, dass sie vielleicht hier irgendwo wirklich, äh, woanders ermordet wurde und dann dahin jetzt zerrt... Boah, Alter. Was ist das denn hier? Alles voller Blut. Oh, Wurzen, geh weg. Ich erschrecke mich zu Tode, wenn du dauernd hinter mir stehst. Also, ich sehe hier keine... Äh, ich sehe hier keine. Ich sehe hier keine Spuren soweit. War hier draußen? Hier war doch auch nichts mehr, ne? Dass sie vielleicht hier doch ermordet wurden? Nein. Hier gammeln nur alle rum? Okay. Hm. Ja, dann muss das wohl doch passiert sein. Oder wie sehe ich das? Ach. Okay. Huch, oh. Da wollte ich ja jetzt nicht hin. Da wollte ich hin. Das Opfer wurde am Fundort ermordet. Der Mörder hat die Spuren verwischt. Moment mal. Alkohol, Alkohol. Das heißt so eine lange... Der hat überhaupt nichts verwischt. Der hatte vielleicht, äh, Instrumente dabei, die er damit sauber gemacht hat. Aber deswegen sollte er damit die Instrumente sauber machen. Der war doch schon tot. Also ich meine, ob die sich jetzt infiziert hat oder... Oder Peng. Gut, aber vielleicht wollte er sich die Finger sauber machen. Das kann ja sein. Hm. Spuren verwischt. Okay. Keine Fußabdrücke. Ach Mann. Am Fundort ermordet. So. Donnerwetter. Und da waren die Blutspuren überall. Das Opfer lag auf dem Boden. Und war noch am Leben. Dem Opfer wurde im Stehen die Kehle durchgeschnitten. Vielleicht lag sie doch am Boden und das Blut ist tatsächlich so hochgespritzt. Nehmen wir das mal. Oh, ist doch alles schwierig hier. Chapmans Mörder hat den Boden sauber gemacht. Chapman wurde am Fundort ermordet. Oh, okay. Also. Das haben wir am Fundort ermordet. Dann lag sie auf dem Boden. Okay, okay. Ähm. So. Hier jetzt weiter. Auf Höhe des rechten Oberkiefer sowie auf der linken Wange waren Blutergüsse zu erkennen. Der Mörder hat das Opfer mit der rechten Hand an den Kinn. Bla, bla. Oh, das macht mich fertig. Also ich bleib jetzt mal bei der rechten Hand. Linke Hand. Kehle durch. Ja. Chapman wurde erwürgt. Ist vor Angst gestorben? Auch nicht. Hat Chapman bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt? Ach. Kann das sein? Sie war nicht tot? Sie war nur bewusstlos? Er hat ihr die Kehle durchgeschnitten und den Rest und dann, weil das Herz ja geschlagen hat und so, ne? Blubber und Blutspritzknochen fliegen? Ja. Okay. Das war's. Sie war nicht tot. Ähm. So. Chapmans Mörder ist beidhändig. Beidhänder. Also ich glaub, der war Linkshänder. Das klappt hier nicht. Aber ich kann's spüren. Mann, oh. Der war beidhändig. Auch nicht. Auf Höhe des rechten Oberkiefers. So wie auf der linken Wange. Rechter Oberkiefer? Keine Ahnung. Linke Hand? Rechte Hand Kehle? Rechtshänder. Aha. Aha. Okay, jetzt kommen wir wieder zum Rechtshänder. Hm, hm, hm. Die Zunge war geschwollen. Das Opfer wurde gewürgt. Ja, das haben wir doch hier oben jetzt schon geklärt. Das Opfer wurde gewürgt. Durst hat es vielleicht auch. Das mag sein. Hat's geschrien? Ist das wichtig? Also ich bleib mal hier bei dem gewürgt. So. Nah dem Kopf des Opfers lag ein Briefumschlag. Ja, ein Briefumschlag ist neben den Kopf der Leiche gefallen. Das ist ja... Hm. Das Opfer hat einen Briefumschlag hervorgeholt. Aber warum? Ich geh doch davon aus... Ich versteh's nicht. Warum sollte die einen Briefumschlag herausholen? Das Opfer wollte dem Mörder einen Briefumschlag geben. Für was? Normalerweise hätte ja der Mörder bezahlen müssen. Also nehmen wir mal an, da war Geld drin, ne? Briefumschlag. Tja. Also ich hätte jetzt gesagt, der Mörder hat den Umschlag verloren. Chapman hatte einen Briefumschlag in der Hand. Hm. Ja, das ist jetzt dummes Rumprobieren. Aha, okay. Das ist es. Das Opfer hat einen Briefumschlag hervorgeholt und sie hatte den Umschlag in der Hand. Was hat sie jetzt mit dem Umschlag auf sich? Sehr merkwürdig. Na gut, hier haben wir ja auch noch was. Ach herrje. So, ein Einschnitt erstreckte sich von rechts nach links über den Hals. So, was haben wir jetzt hier? Das Messer des Mörders war für das Verbrechen ungeeignet. Das Messer des Mörders hatte eine sehr scharfe Klinge. Der Mörder geriet in Panik. Mhm.